Hallo und herzlich willkommen zu diesem mittlerweile vierten Video zu diesem Bild. Irgendwie wird das immer mehr. Ja, Weihnachtszeit ist echt stressig, wenn man zu viele Hobbys hat und Aufträge und sich viel zu viel vornimmt. Aber ich vermute jetzt wirklich, dass das das vorletzte Video sein wird. Aber beschreien will ich es jetzt doch nicht. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 ging. Bis zum nächsten Mal. Von dieser Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und gehäkelt habe ich jetzt zwei Projekte, nee drei, drei, Halloween, die drei Projekte und ansonsten hier ein bisschen, da ein bisschen, ne? Ja. Ach ja, ich kann euch sagen, also wenn man keine Projekte, sag ich jetzt mal, mit einem Auto vorhat, aber es ist trotzdem Weihnachten und man möchte so viel backen, ach seht da, ein Weihnachts-, ja ein Backvideo wollte ich ja eigentlich auch nochmal machen, von den Dominosteinen, vielleicht drehe ich das am Sonntag, weil unser, eigentlich wollten wir ja jetzt diesen Sonntag zur Familie von meinem Schatzi zum Weißwurst essen, das ist halt bei dir eine Tradition, immer am 3. Advent, gibt es Weißwurst. Aber jetzt hat seine Schwester und sein Schwager haben Corona, seine Mutter hat Corona und das ist quasi schon die halbe Party. quasi. Ich meine, dann ist ja auch noch der Mann, also der Vater von meinem Schatzi, der wohnt im selben Haushalt, ne? Ist ja wahrscheinlich und möglich, dass er sich ansteckt bei seiner Frau. Dann, ähm, sind die anderen, die teilnehmen, also einer davon, das ist der Onkel von meinem Schatzi, der ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Also er ist noch nicht alt, um Gottes Willen, aber, ähm, ja. Also es wären die Cousine von meinem Schatzi, deren Mann und die beiden Kinder, vermute ich mal, äh, letztes Jahr war die Kleine noch zu klein, oder war sie dabei, oder verwechsel ich das jetzt gerade? Ich bin der Meinung, die war noch zu klein. Die war dann woanders irgendwie, irgendwie so. Egal. Ähm, auf jeden Fall, äh, äh, die beiden, also Cousine und, äh, Quatsch, Cousine und der Mann zusammen mit deren Kindern, dann, ähm, hätten wir noch halt seinen Onkel und seine Tante, äh, seine Eltern, seine Schwester mit Verlobten und Kindern und, ja, wir zwei. Also, das hat quasi die Hälfte, hat schon Corona. Da muss man es nicht riskieren, dass es die andere Hälfte auch noch kriegt. Ja, und dann haben wir jetzt gesagt, dass die Weißwurst dann halt an, statt am dritten Advent zu Weihnachten gibt, ähm, weil bestellt war sie. Und, äh, es war ja jetzt nicht gerade wenig, weil die die wohl sehr gerne essen und darum wollten sie es dann halt auch nicht abbestellen. Und, äh, Schwiegermutti ist quasi, äh, Fleischerin in dem Sinne. Also jetzt mittlerweile hier Rente oder Vorruhstand oder wie man es nennen möchte. Äh, die hat gesagt, ne, die Würste kann man mal kurzfristig einfrieren. Also für eine kurze Zeit kann man einfrieren, da passiert nichts. Sie würde das jetzt nicht für, ne, für ein halbes Jahr oder so machen, aber jetzt für eine Woche kann man das mal machen. Ja. Ja. Äh, äh, was für mich dann auch ausgefallen ist, weil ich halt den ganzen Sonntag mit meiner Schwägerin und, äh, Schwager verbracht habe und mit meiner Schwiegermutter und meinem Schwiegervater, äh, zusammen mit Schatzi und den Kindern, ähm, weil wir ja ein, naja, so quasi Adventsbasteln angeleiert haben, haben wir jetzt auch gesagt, das wollen wir jetzt so jedes Jahr machen. Äh, Schatzi und ich hatten halt verschiedene Bastelsets besorgt. In verschiedenen Ausführungen, also mit Stoff, beziehungsweise halt Fels, mit Pappe, mit Papier, mit, keine Ahnung, mit, wie heißen diese, Pfeifenreiniger irgendwie. Ja, und, ähm, ja gut, die meisten Bastelsets davon, sie waren einfach nur doof. Äh, die waren richtige Ladenhüter und dann haben wir auch gedacht, okay, jetzt wissen wir mal, warum das Ladenhüter sind. Naja, ähm, auf jeden Fall haben wir dann knappe acht Stunden aufeinander gegluckt. Alle in einem Raum, hin und wieder mal die Tür auf, weil irgendjemand rauchen gegangen ist. Ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, muss ja nicht sein, dass ich mich angesteckt habe, aber es kann sein, dass ich es übertrage, ne, diese ganze Corona-Geschichte. Und, ähm, es ist da, äh, ich dann halt auch bei diesem, äh, Adventskaffee trinken, bei meiner Familie, also bei meiner Tante quasi zu Hause, wären halt auch etwas ältere Leute gewesen, ohne das jetzt böse zu meinen, meine Tante alleine ist über 60, genau das Alter wird nicht verraten. Mein Onkel hat sowieso Probleme mit der Lunge, ähm, dann wollte ich nicht noch riskieren, da noch irgendwas hinzuschleppen, aber ich hatte dann angerufen und gefragt. So und so sieht das aus, was sagst du? Hat sie gesagt, naja, gut, wärst du jetzt gekommen und irgendwer hätte sich angesteckt, dann wäre das so gewesen, wenn du nichts gewusst hättest, aber da du es schon weißt, wäre es mir ganz lieb, wenn du nicht kommst und wir überholen das dann irgendwann nach. Sag ich, dann sagst du, das verstehe ich vollkommen. Ich muss die, hä, Kacke, auch nicht haben. Also, ich bettel nicht darum, das zu bekommen, ich habe es halt nur noch nie bekommen. Ich weiß nicht, die Tatsache, dass ich es so oft erwähne, auch Kollegen und Freunden gegenüber oder Verwandten, dass ich es halt noch nie hatte, obwohl ich halt mit jemandem zusammengewohnt und gekuschelt und was weiß ich was habe, der es hatte. Also, ich schreie nicht danach, aber ich kriege es auch nicht. Mein Vater sagt immer, naja, auch Viren haben ihren Stolz. Danke, Papa. Sehr nett. Ich gucke gerade mal hier. Also, ich vermute mal, dieses Feld wird nicht ganz so lange dauern. Denn, wie man sieht, ist es sehr viel von einer Farbe. Schwarz ist auch noch sehr viel dabei. Möglich, dass ich heute noch ein zweites Feld schaffe. Da ich ja morgen Spätschicht habe, brauche ich nicht pünktlich um acht ins Bett. Kann also ein bisschen länger wach bleiben. Allerdings bin ich ja schon seit um vier wach und bin eigentlich hundemüde. Deswegen weiß ich nicht, ob ich wirklich noch ein zweites Feld vielleicht anfange, aber nicht zu Ende bringen oder so. Wir werden sehen. Ja, aber wie wir jetzt dieses Adventskaffee trinken, das ist eine Tradition, die machen wir. Ich glaube, da hat meine Mutter noch gelebt, da haben wir das schon gemacht. Da war ich ja auch noch relativ jung, also so 16, 17. Da war das noch ein bisschen extravaganter, sage ich jetzt einfach mal. Da haben wir noch richtig Gedichte auswendig gelernt und Lieder gesungen und keine Ahnung. Aber irgendwie hat das im Laufe der Zeit nachgelassen, weil irgendwann waren die Kinder alle zu groß. Die sind dann nicht mehr mitgekommen. Die Großen unter sich wollten nicht singen. Also auch, wie gesagt, etwas ältere Semester teilweise dabei. Und ja, es gibt halt nur so viele Gedichte, die man auswendig lernen kann, ohne durcheinander zu bekommen. Das ist im Übrigen ein ganz witziges Gedicht gewesen. Das war nämlich total verquer, sage ich jetzt mal. Vielleicht kriege ich es noch zusammen. Also hundertprozentig nicht, weil meine Schwester und ich hatten uns das aufgeteilt, da es sehr lang ist. Und also meinen Teil würde ich vielleicht noch zusammenkriegen. Aber bei ihrem Teil bin ich mir halt nicht sicher. Ja, aber dazu komme ich gleich. Ja, und normalerweise ist es dann halt jetzt mittlerweile so, dass alle halt zusammensitzen, Kaffee trinken, Gekse naschen, was so halt schon gebacken wurde oder vielleicht sogar gekauft. Also ich meine, so einen Stollen, ja, kann man selber machen. Oder Baumkuchen kann man selber machen. Das ist auch eine Schweinearbeit. Das verstehe ich, wenn das dann gekauft wird. Wenn man dann mehrere Leute hat, die das dann einfach wegschnappulieren. Ja, und da habe ich dann halt gesagt, verzichte ich drauf. Und meine Tante war dann sofort, na komm, Frühjahr machen wir beide dann das nochmal zusammen. Vielleicht noch mit deiner Schwester, weil, also meine Schwester konnte auch nicht hin. Also, ich weiß gar nicht mehr warum. Ich wusste es. Ich habe es mir gesagt. Ich weiß nicht, ob ich nicht konnte, weil sie arbeiten musste. Oder weil irgendwas privat war. Keine Ahnung. So. Wir haben ja jetzt heute den 15. Das heißt, über die Hälfte von meinem Adventskalender ist er definitiv fertig. Und, ähm, ich hatte ja bei meinem Adventskalender diese Dosen hier gefüllt. Und die sind, wie ihr seht, mittlerweile leer. Ähm, und auch tatsächlich der Kasten selber wird langsam leerer. Also, ich habe jetzt, äh, neun oder zehn Lehre von diesen Sammeldöschen hier. Also diese kleinen. Und auch der hier, also Farbe Schwarz, hat ganz schön abgebaut. Das waren zwei Tüten. Jetzt habe ich nur noch eine halbe oder, boah, so eine halbe. Ähm, dazu muss ich aber auch sagen, äh, mir ist, als wir das Sonntag das Basteln hatten, habe ich natürlich mein Zeug hier weggeräumt in der Stube. Und, ähm, als ich es dann am Sonntagabend, nachdem alle weg waren und wir hier wieder aufgeräumt hatten, wieder zurückpacken wollte in die Stube, ist mir das Stäfchen runtergefallen. Also, ich hatte das wirklich so. Steine drauf und dann Tüte auf die, aufs Schiffchen, damit ich halt nicht vergesse, welche Farbe das ist. Ich meine, gut, ich hatte nur, also, Schwarz ist ja eigentlich gut zu erkennen, aber ich wollte halt auf Nummer sicher gehen. Musste auch alles relativ zackig gehen, weil es mal wieder irgendwas dazwischen gekommen ist und wir mit dem Aufräumen nicht so hinterher kamen. Ach stimmt, wir mussten noch zum Bohlen, genau. Und deswegen, wir mussten halt vorm Bohlen alles fertig machen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das Bild nicht weggepackt habe. Ja, und dann wollte ich das noch mal schnell machen. Also habe ich das einfach so draufgeschmissen und nach zum Schlafzimmer gebracht. Jo, und Ende vom Lied ist mir runtergefallen. Selber schuld. Ich hätte es einfach in die Tüte stopfen müssen. Ja. Ähm. Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste noch mal nachlesen. Mir hatte einer in den Kommentaren. oder eine in die Kommentare geschrieben, dass bei diesen Tütchen es helfen soll, wenn man die so aufmacht. Muss ich ehrlich sagen, bin ich zu blöd zu. Weil so, natürlich, funktioniert super. Aber wenn die richtig zu sind, dann geht das bei mir nicht. Ich kriege das nicht hin. Bin da zu doof zu. Also mache ich das auf die gelernte Weise. Fluchenderweise. Fupp. Und lasse das halt so halb offen liegen zum Nachfüllen oder wieder reinsmeißen. Ähm. Ja. Also irgendwas mache ich da falsch. Mit diesem Trick. Dreh. Trick. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen. Ähm. Ich hatte ja drei Tage frei diese Woche. Aber, ähm. Obwohl ich ja dachte, ne. Ach Mensch, dann schaffe ich das locker. Drei Tage frei. Mensch, hier, ne. Das Bild. So viel Zeit. Es geht immer so viel Zeit drauf. Irgendwie. Also ich habe, ähm. Am Montag. Habe ich morgens meine Neffen für die Schule fertig gemacht. Dann bin ich. Dann bin ich zu meinen Eltern gefahren. Zum Frühstücken. Hatte ich mich selber eingeladen. Weil mein Schatz hier hatte Frühschicht. Ich wäre allein zu Hause gewesen. Was soll ich denn da so alleine rumgelucken? Habe ich mir gedacht. Kannst ja für eine Stunde oder zwei zum Frühstücken fahren. Kommen wir dahin. Haben sie angefangen in der Stube Tapeten abzureißen. Und ja, ich hatte mich vorher angemeldet. Also es war jetzt nicht so, dass ich ganz spontan vorbeigefahren bin mit Brötchen. Sondern ich habe gefragt, wie viele Brötchen wollt ihr und so weiter. Soll ich noch irgendwas Belagmäßiges mitbringen. Jo. Also die wussten, dass ich komme. Und dann kam ich um die Ecke. Und dann hatten sie halt angefangen in der, naja, es ist ein Durchgangszimmer in dem Sinne. Also es ist eine offene Trennung. Das ist quasi Esszimmer. Und wenn man dann durch diese Öffnung geht, dann ist das die Stube. Und da hatten sie halt angefangen Tapeten abzureißen. Die ganzen Möbel hin und her gerückt. Und ich gucke die an. Ich so, warum sagt ihr denn nichts? Wieso? Ich so, na, ich kann euch doch helfen. Möbel rücken. Tapeten abreißen. Und ich meine, mein Vater, jetzt muss ich rechnen, ist 67. Seine Frau ist ein Tügelchen älter wie er. Ich glaube ein Jahr oder so oder zwei. Genau würde ich es jetzt auch nicht sagen. Und weiß ich nicht. Die müssen das doch nicht mehr alles alleine machen. Ich meine, klar, tapezieren habe ich in dem Sinne noch nie selber gemacht. Ich habe mal einer Freundin geholfen. Ich habe die Tapeten zurechtgeschnitten, eingequastelt und dann ihr gereicht, dass sie die an die Wand packen kann. Ja. Und für das erste Mal sah es auch gar nicht schlecht aus. Man hat natürlich gesehen, dass das von kompletten Anfängern waren. Aber die Bahnen waren gerade. Wir hatten keine großen Lücken irgendwie dazwischen. Und das Muster war halt sinnig. Nicht von wegen, da ist jetzt ein Schnörkel und da ist ein Halbkreis. Und buff, ist da wieder ein Schnörkel oder sowas. Also es war schon ein sinniges Muster. Da hat sie ziemlich viel Verschnitt gehabt. Hat sie sich drüber geärgert. Hat sie gesagt, nie wieder Muster-Tapete. Aber es sah noch was aus. Um Gottes Willen. Und wer bin ich? Oder wer ist jemand, bei ihr ins Haus zu kommen und zu sagen, die Tapete ist aber scheiße, wird tapeziert auch. Das hätte sie aber mal besser machen können. Alle mal an die eigene Nase fassen. Und naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, warum sagt die denn nichts? Ich komme und rücke die Möbel. Ich meine, ich bin auch eingeschränkt. Ich bin jetzt kein Supermann oder so. Ich glaube nicht, dass ich die ganzen Möbel, weil die haben ja noch diese ganz alten Möbel. So richtig, ach Gott, wie heißen die denn jetzt wieder? So diese Echtholzschränke, diese großen Vitrinen und so ein Kram, die meistens in Abteile unterteilt sind. Damit, wenn man sie mal schiebt, es mal ein bisschen besser machen kann. Ähm, ne, aber ich meine, meine Stiefmutter hat sich letztes Jahr einen Arm gebrochen. Letztes Jahr? Ja, letztes Jahr. Letztes Jahr im Sommer hat sie sich einen Arm gebrochen. Und sie wurde dieses Jahr operiert, um diese ganzen Metallteile rauszunehmen. Ähm, sie kann nicht so, wie sie will. Und dann hat sie ja auch noch Asthma und lauter Allergien und keine Ahnung. Mein Vater, wie gesagt, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und ich weiß nicht, wie ich sagen soll, vielleicht ein bisschen tollpatschig manchmal. Also, wenn der von der Leiter geht, dann habe ich immer das Gefühl, er fällt von der Leiter. So muss man sich das vorstellen. Ohne das jetzt böse zu meinen, aber ich weiß nicht. Wenn ich ihn auf Leitern sehe, dann werde ich nervös. Und er fühlt sich super sicher da oben. Solange er steht, steht er gut. Aber sobald er rauf oder runter will, dann denke ich mir immer, oh Gott, das passt bloß auf. Oder wenn er dann unten auf dem Boden rumgekraucht ist, hätte ich jetzt fast gesagt. Also, ne, gekrabbelt ist um diese, ähm, die haben nämlich Fließtapete genommen. Die musst du ja nicht ein, äh, also nicht einkleistern und dann an der Wand, sondern du kleisterst die Wand ein. Und, ähm, da ist er dann halt auf dem Boden rumgerobbt, um den unteren Teil einzukleistern. Und immer, wenn er aufgestanden ist, dann ist er irgendwie mit seinem Puschen hängen geblieben. Was ja auch total super ist, ne. Arbeitest du quasi auf Treppe und, äh, auf Treppe, auf Leiter und so und hast dann Puschen an. Naja, super, nächste Krankenhausaufenthalt ist gewiss. Ähm, naja, und meine Stiefmutter, die hat ja ein Leiter- und Stuhlverbot. Ähm, weil, also Leiterverbot, weil ihr halt hin und wieder mal ein bisschen schwindelig wird. Also gerade dann, wenn sie es übertreibt wieder. Und, äh, Stuhlverbot, weil sie sich gedacht hat, naja, Mensch, auf Leiter darf ich nicht mehr, also nehme ich einen Stuhl. Ne. Was genau dasselbe in Grün ist, vielleicht sogar noch gefährlicher. Ja, und da ist er nämlich auch runtergeknallt. Vor, ach, keine Ahnung, vier, fünf Jahren oder länger sogar noch. Definitiv vor Corona. Lange, weit vor Corona. Ja. Aber wenn man sie dann immer drauf anspricht und so, dann, äh, heißt es immer, oh, nö, das geht schon, wir kriegen das doch noch hin und so. Ich meine, sie sollen ja, ist ja nicht so, dass wir uns jetzt da hinstellen und alles alleine machen oder so. Aber wenigstens so, äh, äh, jetzt die Möbel rücken. Oder, ich meine, wie gesagt, bin, bin jetzt kein großartiger, äh, äh, talentierter Tapezierer oder so. Aber, dass man dann halt wenigstens mit dabei ist, mit anpackt. Naja. Sieht irgendwie komisch aus mit dem einzelnen kleinen Schwarzpunkt da. Irgendwie wie so ein Knopfauge. Äh, ja, und, äh, ich wollte halt einfach, dass, äh, sich melden, du, wir wollen Tapezier, könntet ihr uns ein bisschen helfen? Äh, und wenn es nur das Möbelrücken ist, weil, ja, er ist halt komisch und, 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 und manchmal ungeholfen und so weiter, mein Vater. Aber er kann auf die Leiter gehen. Also es ist jetzt nicht so, dass er da jetzt jedes Mal unterfallen würde oder so. Aber, äh, nein, man kommt da hin, guckt, wir sind am Renovieren. Äh, und ich wollte die eigentlich noch sehr lange haben. Also, von mir aus noch 50 Jahre. Also, ne, Minimum. Naja. Aber wie weit, das habe ich dann gesagt, äh, den Tag, äh, genau, Montag, genau. Da habe ich dann gesagt, na, heute fahre ich mir mein Auto holen, also aus Braunschweig abholen. Und, ähm, dass ich dann, ich nicht genau wusste, wann das soweit ist. Ja. Ähm. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, naja, und, äh, äh, hier sagt Bescheid. Dann komme ich morgen und helfe beim noch Tapete abreißen oder Möbelrücken oder whatever. Und, äh, und, äh, dann guckte mich meine Stiefmutter an. Hast du morgen frei? Ich so, ja, ich habe drei Tage frei. Deswegen sage ich ja, meldet euch doch mal. Ja, so, vielleicht hätte es geklappt und ich hätte frei gekriegt, wenn ihr was gesagt hättet. Ansonsten, äh, wäre ich vor oder nach der Arbeit gekommen. Das ist auch kein Problem. Ja, und dann haben wir das halt so gemacht, dass ich dann am Dienstag zum Helfen kam. Und, äh, haben wir vielleicht so die Hälfte geschafft gehabt. Aber dann mussten wir erst die Möbel von der einen Seite wieder ranrücken. Aber dafür muss das ja alles komplett trocken sein. Damit wir die Möbel von der anderen Seite wegrücken konnten. Das ist immer so ein Hin- und Hergeschiebe. Also haben sie gesagt, so, nee, komm, für heute ist Feierabend. Ähm, wäre schön, wenn du morgen nochmal hilfst. Er sagt, natürlich. Also, in dem Sinne gestern. Er sagt, natürlich, mach ich, komme nach der Arbeit rum. Äh, dann meinten sie so, ja, das wäre super. Dann haben sie sich ein paar Stunden später gemeldet. Äh, nee, äh, haben sich doch ein bisschen übernommen. Wen wundert's. Wir müssen mal einen Tag Pause machen. Da habe ich gesagt, ist kein Problem. Dann komme ich heute, also Freitag, nach der Arbeit rum. Und helfe euch noch ein bisschen. Ähm, im Endeffekt kam ich dann nach der Arbeit. Das war so gegen eins. Kam ich da hin. Die hatten den einen großen Klopperschrank, hatten sie schon komplett leer geräumt, vorgezogen und die Tapete abgerissen. Ähm, als ich dann kam, waren sie dann, naja, ich glaube, zwei Bahnen hatten sie dann gelegt. Und, ähm, dazu muss ich sagen, mit Mittagessen, mit, äh, Nini machen, also Nickerchen, waren sie dann bei, ähm, Meinen haben sie dann, ähm, irgendwie sagte mein Vater, halb sieben haben sie wohl angefangen mit Möbelrücken. Und, äh, ich war ja um halb zwei ungefähr da. Da habe ich mir auch gedacht, Leute. Also, als sie den Tag vorher noch gesagt haben, naja, dann machen wir das übermorgen. Wir haben ja Zeit, es jagt uns ja keiner. Mhm, ist okay. Mein Bruder, der wohnt gleich nebenan. Aber zum einen ist der Arbeiten um die Zeit, wo die gewerkelt haben. Und zum anderen hat der eine angebrochene Schulter. Also der kann, also Möbelrücken kann der nicht gerade. Ich meine, theoretisch ja, ist ein kräftiges Kerlchen, würde er machen. Auch, ne, für seine Eltern und so weiter. Aber, äh, dass er jetzt aktuell nicht kann, ist klar. Und darum haben sie den auch gar nicht gefragt. Ich war dann kurz, äh, nachdem wir da so weit fertig waren für heute, war ich kurz drüben, um nochmal Hallo zu sagen, zu gucken, wie es ihm geht, ob er irgendwas braucht, ob ich mit dem Hund mal gehen soll, damit er sich ausruhen kann oder so, ob wenn er Schmerzen hat oder sowas. Kann ja sein. Ähm, er hat geschlafen. Und das tat mir so leid. Ich hab ihm wohl ein bisschen geweckt. Also er war wohl nur am Dösen. Aber trotzdem, wenn jemand reinkommt in eine Wohnung, dann ist man ja erstmal wach. Also ich jedenfalls. Ja, und, ähm, hab ich ihn halt gefragt. Kann ich dir irgendwas helfen? Wie sieht's mit deiner Weihnachtsdeko aus? Hast du das geschafft? Oder brauchst du Hilfe noch? Nee, nee, er macht jetzt Wochenende das Letzte. Bisschen aufräumen wäre das dann halt noch. Und ansonsten ist halt alles soweit, Tutti. Also naja, gut, dann ist er gut. Ja. Also. Alles nur Sorgen, Kinder. Vor allen Dingen, äh, er ist ja ausgerutscht in der Werkstatt auf einer rutschigen Stelle. Wahrscheinlich Öl oder sowas. Er ist ja nun mal in der Werkstatt. Ähm, für die Lebenshilfe quasi. Na ja, ist ja für den Holzbereich zuständig. Und irgendwie war wohl jemand krank. Und darum sollte er bei denen, äh, woanders mal nachgucken, ob da alles gut ist. Weil, die brauchen ja keine Dauerbetreuung, aber, äh, bei gewissen Maschinen und so weiter brauchen die halt Aufsicht. Oder, äh, mal einen Ratschlag. Wie mach ich das und das am besten? Keine Ahnung. Und, äh, ja, da hat er irgendwen geärgert. Ist vor dem weggelaufen. Und ist dann halt auf dieser Ölpfütze ausgerutscht. Und, ähm, wollte sich halt an der Türklinke festhalten. Rutscht aber blöde nach hinten weg. So, dass er sich erst mal den Arm ausgekugelt hatte. Okay. Und, äh, na gut, es kann natürlich auch sein, als er es zurückgemacht haben, den Arm. Also, ne, kann man ja nicht so lassen. Äh, kann ja sein, dass es dabei gebrochen wurde oder angebrochen wurde. Keine Ahnung. Ich käm mich da aber nicht aus, ob sowas passieren kann oder nicht. Ja. Und auf jeden Fall, äh, ist er damit erst mal ein paar Tage rumgelaufen. Fragte sich, warum sich das denn nicht besser, äh, ne, müsste doch jetzt langsam mal weniger wehtun. Das nochmal zum Arzt. Die haben gerönscht und, jo, gebrochen. Also, angebrochen. Wohl nicht gravierend schwer und sowas, aber es ist halt ein Bruch, ne. Und sowas tut ja halt weh. Muss auch ruhig gehalten werden. Ja. Ja. Naja. Alles nicht so einfach. So. Achso, und, ähm, als ich dann da heute weggefahren bin, das war so um halb fünf, äh, da war dann wirklich die komplette Tapete ab und halt alle Möbel nicht da, wo sie hingehören. Dann habe ich gesagt, naja, ich habe morgen gespätigt, also, ne, am Samstag, ich könnte nach der Arbeit rumkommen, weil vor der Arbeit bringt denen nichts. Äh, weil die eine Wand, die muss jetzt gerade noch trocknen, deswegen habe ich die Schränke noch nicht zurückgeschoben, oder mit zurückgeschoben. Und die andere Wand, da ist ja, äh, noch, ist quasi nackig, ist abgezogen, aber noch keine neue Tapete dran. Und dann kann, selbst wenn mein Vater dann morgen, äh, die Tapete da dran bringt, kann die ja morgen früh die Schränke nicht schon wieder dran. Geht ja nicht. Also habe ich dann gefragt, ob ich morgen Abend kommen soll, weil bis dahin sollte das doch trocken sein, weil der ist ein Frühaufsteher, ich denke mal, der wird morgens, ja, wieder so um halb sieben halt anfangen, mit tapezieren, weil das sind ja jetzt in Häkchen nur noch fünf Bahnen und ein kleines, äh, kleiner Rest, das ist wirklich nicht mehr viel. Und, ähm, dann könnte man die Schränke wieder zurückrücken. Aber da meinte er, dass er dann lieber von meinem Bruder den Sohn rüberholt, weil der ist ja, ach Gottchen, wie alt ist er denn jetzt? Also er ist sehr groß und sehr kräftig. Ich weiß nicht, ob er das für sein Alter, für sein Alter ist er wahrscheinlich ziemlich groß. Aber wenn man sich den Vater anguckt, dann ist das kein Wunder. Also ich glaube, mir kann er schon seit zwei Jahren auf den Kopf spucken. Glaube ich. Ja. Ähm. Naja. Auf jeden Fall haben die dann, die beiden nur gesagt, naja, irgendwann kommt die Zeit, dann müsst ihr uns mehr helfen. Aber solange wir es noch können, wollen wir das alleine machen. Dann habe ich dann nur gesagt, ich so, ey, ihr habt uns großgezogen, ihr habt uns, ich meine, meine erste Wohnung, wo ich allein gewohnt habe, mein Vater hat die fast komplett allein tapeziert. Ich habe ihm höchstens nur mal ein paar Werkzeuge oder sowas angereicht. Äh, als ich alleine gewohnt habe, und eine tierische Grippe hatte, da hat sich meine Stiefmutter um mich gekümmert. Es sind halt so, die haben im Laufe der Zeit uns so viel gegeben. Aber irgendwie nehmen die dann nichts an im Gegenzug. Dass sie mal sagen, hier, ich bräuchte mal Hilfe beim Garten. die hatten gesagt, sie haben Grünkohl. Ob jemand Zeit hätte, beim Ernten zu helfen. Dann habe ich gesagt, keine Ahnung, ob ich Zeit habe, aber meldet euch einfach. Ich gucke. Und wenn ich kann, dann helfe ich. Und wenn ich tauschen kann, dann komme ich auch zum Helfen. Also die sind meistens vormittags gegangen. Also hätte man das dann auch irgendwie verbinden können. Ich glaube, ich bin viel zu weit. Ja, ich bin viel zu weit. Kommt vom Sabbeln. Ja, jetzt weiter. Ja, dass sie sich dann hoffentlich auf uns verlassen können. Da habe ich gesagt, aber ihr könnt euch doch jetzt noch auf uns verlassen. Ich sage so, nicht erst, wenn ihr es wirklich gar nicht mehr könnt. Irgendwie hat das jetzt unter die Folie gewandert zu sein. So, jetzt. Ich meine, es ist genauso wie, ich stehe in meinem Auto immer, weiß ich, der Nachbar manchmal, ein bisschen angestellt hat, stelle ich immer mein Auto genau vor das Auto von meinem Vater. Der hat halt einen Stellplatz bei sich auf dem Grundstück. Und wenn ich da vorpacke, dann störe ich wirklich nur ihn. Und er kann dann sagen, du, ich muss mal kurz weg, fahr mal dein Auto an der Seite. Ne? Ist ja ein Haushalt. Dann, in dem Sinne. Und dann meinte er so, er müsste mal Zigaretten holen. Dann habe ich gesagt, naja, entweder fahre ich zur Seite oder dann ist es kurz mein Auto. Ne? Um Gottes Willen. Ja, und dann habe ich noch gesagt, wundere dich nicht, ich muss tanken, aber da ist noch mehr als genug drin. Er fährt los, kommt wieder, ist mein Auto vollgetankt. Ich so, oh, das hast du jetzt nicht wirklich gemacht, ne? Ich so, was kriegst du denn? Oh, hab ich vergessen. Ich so, Papa, ich weiß, mein Benzintank ist etwa 45 Liter, bin ich der Meinung. 40 oder 45. Und, ähm, der Preis war bei 1, irgendwas 70 oder 1,60 sogar. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, als er bei 1,80 im Durchschnitt war, habe ich immer pro Tankfüllung so zwischen 60 und 70 Euro bezahlt, weil ich war halt im letzten Achtel, so, 16. Keine Ahnung. Also, war schon wieder, die Tankanzeige hat geleuchtet. So. Ist leichter zu umschreiben. Und, ähm, ja, dann ist der für mich tanken gefahren und will mir nicht sagen, was er dafür kriegt. Ich meine, das ist, ich bin alt genug, ich habe mein eigenes Geld und, äh, ich muss ja auch irgendwie zusehen, ne, dass ich zur Arbeit komme und so weiter. Deswegen, ich finde es ja lieb, aber, andererseits sind die beiden Rentner und, äh, ja, sie achten aufs Geld, aber trotzdem, wenn so 50 Euro, 60 Euro Tankfüllung für ein Auto, das nicht denen gehört, äh, weiß ich nicht, ist mir kein gutes Gefühl. Ich mag das nicht. Ich meine, ich finde es ja lieb, wirklich, Gottes Willen, aber, ähm, ja, das ist halt, das ist mein Papa. Das ist genauso, wie wenn wir uns zufällig beim Einkaufen treffen, dann werde ich losgeschickt, nochmal eben schnell irgendwo was holen und boof ist mein Einkauf bezahlt. Ist jedes Mal so. Oder aber, irgendwie werde ich abgelenkt, dann wird der Trenner weggenommen und die Kassiererin zieht es drüber und dann, ey, komm, jetzt ist doch alles drüber und blablabla. Ja, es sind meine Eltern, aber, ich möchte auch gerne was zurückgeben und nicht immer nur nehmen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, jetzt zum Beispiel mit der Tapete helfen, das ist ein, äh, äh, für mich, äh, lustiges Unterfangen, solange ich keinen Zeitdruck habe. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr das im Sommer, wenn man Sonnenbrand hat und der sich pult, diese Haut abziehen? Finde ich total witzig, total faszinierend und wenn du gerade ein richtig großes Stück erwischst, äh, und sich das so richtig schön abziehen lässt, es ist total toll, ich meine, mir macht das Spaß. Das ist, ja, entspannt, tatsächlich. und, äh, dasselbe finde ich mit dieser Tapete dasselbe, also, es ist dasselbe. Du fällst an einer Ecke an, ziehst und guckst, wie groß du die Stücke kriegst, quasi. Du wirklich, keine Ahnung, von einmal unten bis nach ganz oben oder so was kriegst. Finde ich total toll. Und da haben sie sich halt auch ganz oft bedankt. Ich sage, Mensch, Leute, mir hat das Spaß gemacht. Ich mache sowas gerne. Ich ist halt nur so, dass ich die Zeit dafür brauche. Ne? Als wir dann da so am Dreißen waren, war ich auch so, hm, ich meine, wir sind jetzt in eine Wohnung gezogen vor drei Monaten, die nicht tapeziert ist. Also, die waren nur weiß gestrichen. Ha, ich hätte ja Lust zu tapezieren. Wie gesagt, noch nie selber richtig gemacht, aber, hm, ich könnte ja tapezieren. Zumal ja die Wände auch nicht ganz so hoch sind wie in einer alten Wohnung. Das heißt, ich würde mich hier wahrscheinlich auch noch auf den Tritt trauen. Der hat zwei Stufen. Normalerweise traue ich mich die hoch. Und dann könnte ich die Tapete auch ranklatschen, dass mein Vater gar nicht daran arbeiten muss. Habe ich so viel U's vergessen? Oh Gott. Ja. Deswegen, also, ich finde es ja lieb und nett und so, aber irgendwie finde ich das manchmal ganz schön einseitig. Ich glaube, sie wissen, dass ich machen und tun würde, wenn mal was ist. aber ich würde es halt auch gerne wirklich zeigen können. Naja. Jetzt haben wir die Stube fertig. Die Küche haben sie vor zwei Wochen erst gemacht. Den Flur haben sie gestrichen. Irgendwann im Sommer. Also, ich denke mal, was das angeht, haben sie da erstmal Ruhe. Renovieren technisch. Jo, jetzt mache ich aber nochmal schnell meine U's hier fertig, die ich übersehen habe. Und dann machen wir den Rest von Navine und Tiana. Also, ne, diesen Abschnitt in Zeitraffer. Oh, ähm, ich habe nochmal bei Cut'n'Glue bestellt, weil wir haben unsere Modelle, die wir haben, ganz schön abgearbeitet, beziehungsweise mein Schatz hier hatte dann irgendwie ein Haschmich und wollte unbedingt diese Modelle machen. Jetzt habe ich aber alle Ruhe. Hoffe ich. noch mal welche bestellt und auch dieses Ding-Set, was es dazu gibt. Das ist quasi einmal so ein Modell-Hilfe-Set und da ist auch wirklich alles hier drin. Einmal dieser Spachtel. Also, also einmal Kleber drin. Also, es ist einmal ein scharfes Cutter-Messer drin, also als Klingen. Dann dieser Kanten- Mach-Hilfer, Helfer in dem Sinne. Der ist richtig gut, der ist aus Metall, der nutzt sich nicht ab. Einmal Kleber, Nadeln zum Piksen, weil bei manchen Figuren braucht man ja Löcher. Eine gerade Pinzette, eine Bastelschere und eine gebogene Pinzette. Dann, was ich total niedlich fand, den Kaktus nochmal zum Basteln und Üben quasi. Ein Metall-Lineal und eine Wassermatte. Aber die ist richtig stabil. Nicht so wie die, die ich habe in klein. Die ist ein bisschen weicher. Finde ich gut. Ich meine, gut, ich glaube, 35 Euro waren es umgerechnet. Aber ich finde schon, da kriegt man was fürs Geld. Und das Schöne ist, das ist alles jetzt in einem Karton. Da ist sogar noch genug Platz drin, dass man die Modelle, die man gekauft hat, drinnen aufbewahren kann, dass es wirklich alles an einem Platz ist. Ich habe mir hier einen kleinen Pilz Baumstamm gegönnt und eine Schwanenfamilie. Und das fand ich total lieb. Ich habe ein kleines Weihnachtsgeschenk bekommen. Einen kleinen, ja, heißen die Theresa Hund, nicht? Ach, ja, ihr wisst, also, wenn ich das richtig sehe, kann man da wohl variieren, die Farben von dem Color, also von dem kann man ein bisschen variieren oder aussuchen. Auf jeden Fall total lieb von ihm. So, wie gesagt, jetzt geht es erstmal weiter mit dem Zeitraffer und wir hören uns dann am Ende nochmal. so, damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Für diese drei Felder habe ich insgesamt vier Stunden und 37 Minuten gebraucht, was uns zu einer Zwischenzahl oder Zwischenstand von zwölf Stunden und drei Minuten bringt. Jo, das war es jetzt erstmal mit diesem Video. Schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, dass ich es nächste Woche wirklich fertig kriege. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!